Können Sie erklären, Stolz ist mein Gewand und Großzügigkeit mein Untergewand? Ja, Al-Kibriyao Rida'i, Al-Wal-Izzatu, Al-Kibriyao Izzari, Wal-Izzatu Rida'i. Ja, Barakallahu Fikhum, wenn es so wäre, dass man, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Izzar und ein Rida' hätte, dann ist das die Stolz und das ist die Großartigkeit von ihm subhanahu wa ta'ala, wenn es Obergewand und Untergewand gäbe.